Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen was anderes und zwar gibt es sozusagen News bzw. meine Highlights der Woche und ihr seht auch eins der Highlights der Woche schon im Hintergrund und zwar hat Asus das Crosshair 8 Extreme vorgestellt. Aktuell gibt es ja das Crosshair 8 Hero und das Formula, das sind ja die Spitzenmodelle und das Formula ist erhältlich ab ca. 600 Euro aktuell und bringt eine Wasserkühlung mit. Wir können uns das Formula auch gerade einmal anschauen und zwar gucken wir hier einmal auf Highlights. Das Formula hat ja 16 Phasen aktuell, es sind aber keine echten 18 Phasen, da das Ganze nur von einem ASP1405 gesteuert wird und der nur 8 Phasen ansteuern kann. Ansonsten schauen wir mal gerade aufs Board. Es ist nicht viel anders wie das Crosshair 8 Hero, hat aber zusätzlich noch eine Wasserkühlung und für eine Spannungsversorgung tut sich da nicht so viel. Das Crosshair 8 Extreme, wie ihr sehen könnt ist deutlich breiter, es ist ein e-artiges Mainboard und ist eher angelehnt an die Threadripper Mainboards, also da gibt es ja auch ein Extreme Mainboard und an das Extreme Mainboard, was es auch für X290 gibt. Und wenn wir uns das Board hier mal anschauen bzw. was Asus hier angibt, sehen wir, dass das Board 18 plus 2 Phasen haben wird, also 18 Phasen für die CPU Spannungsversorgung. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da verbaut wird. Also Asus schreibt hier selbst, dass 90 Ampere Power Stages verbaut sind. Mal gucken, was für ein Controller zum Einsatz kommt, ob der denn überhaupt diese 18 Phasen ansteuern kann oder ob das hier nur virtuelle Phasen sind. Müssen wir mal gucken, ob das Ganze dann immer nur im Zweierpack läuft und wir dementsprechend nur eine echte 9 Phasen Spannungsversorgung für die CPU haben. Ja, dann interessant ist es auch, dass Asus direkt angibt, dass hier auch die Ryzen 5000G-Serie unterstützt wird. Die kommen ja in ein paar Tagen und dementsprechend wird das Mainboard auch Displayanschlüsse haben, da man auch die Vega GPU, die auf der CPU verbaut ist, nutzen möchte. Des Weiteren haben wir 2x USB 3.2, 2x2, also 20 Gigabit, das ist sehr cool. Schauen wir uns gleich auch nochmal auf den Fotos an oder ich blende es euch hier ein. Und die können dann auch 60 Watt abgeben, das heißt ihr könnt irgendwas anschließen, was bis zu 60 Watt verbrauchen darf und könnt das quasi über den USB-Port speisen. Dann haben wir einmal eine 10 Gigabit und eine 2,5 Gigabit Netzwerkkarte und bei der Soundkarte setzt Asus auf ein RC4082. Ist nicht viel anders wie der ASP520, von daher merkt ihr da nicht so große Unterschiede, was auch ziemlich cool ist, das können wir uns gerade mal auf den Fotos anschauen. Und zwar haben wir hier auch ein OLED-Display, sieht auf jeden Fall sehr cool aus und wenn wir uns mal die Bilder anschauen, dann sehen wir auch, dass die rechte Seite des Mainboards beleuchtet ist und quasi der Chipsatzkühler. Was mich ein bisschen irritiert, da kommen wir zum Thema Chipsatz und zwar kommt der Lennox der X570S und wenn wir uns mal die Verpackung anschauen, dann sehen wir, dass da wohl ein X570 verbaut wird. Weil ansonsten haben wir ja schon gesehen, bei einigen anderen Herstellern ist das S hinten noch dran, hier nicht. Muss nichts heißen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass hier nur ein X570 zum Einsatz kommt. Wäre jetzt auch nicht weiter schlimm, da die Kühllösung hier ziemlich gut aussieht und der Stromverbrauch bei den extremen Mainboards eher unrelevant ist, weil wir sowieso alle möglichen Features haben. Und ich denke, die 5 Watt rum, die der X570S dann weniger verbraucht, sind dann nicht so gravierend. Was wir auch sehen, wenn wir uns das Mainboard anschauen, dass wir neben den RAM-Slots auch noch einmal ein DIM.2-Slot haben, wo wir dann zwei M.2-Sacés verbauen können. Der DIM.2-Slot läuft über den Chipsatz, ist ein bisschen problematisch. Wir haben ja zwei PCI-Express 4.0-Slots darauf. Der Chipsatz, der kann das zwar, aber er hat nur vier Lanes, die zum Prozessor verbunden sind. Das heißt, wenn wir die beiden gleichzeitig belasten würden, dann erreichen wir nicht die volle Bandbreite. Außer Asus geht hier einen anderen Weg, das müsste man mal testen. Und neben den zwei M.2-Slots gibt es noch zwei weitere, die sich hier unter den Kühlern befinden. Und somit haben wir insgesamt fünf, das ist immer sehr cool. Ist halt, wie gesagt, ein Xtreme Mainboard und da wird das quasi verlangt, vor allem, wenn ihr so viel Kohle dafür bezahlt. Also das Mainboard, schätze mal, das ist jetzt nur eine Schätzung, wird bei 800 bis 1000 Euro liegen. Das Formula kostet ja schon 600 Euro, ich denke aber, das Xtreme Mainboard wird teurer sein. Und bei den ganzen Features muss man sich da auch nicht wundern. Mich hat es bis jetzt gewundert, dass es nicht so ein Xtreme Mainboard gibt von Asus, weil wir ja schon 16 Kerne auf einem ARM4-Sockel verbauen können. Auch wenn wir die Spannungsversorgung nicht wirklich brauchen, jeder kennt es, der mal einen Ryzen 5000 übertaktet hat. Der wird nicht so viel fressen, dass das notwendig wäre. Zum Beispiel bei der X299-Plattform oder bei der Threadrober-Plattform, da haben wir deutlich größere CPUs, beziehungsweise CPUs, die deutlich mehr Strom aufnehmen können. Und da ist das schon berechtigt. Aber hier sehe ich kritisch, für LN2 Overclocking vielleicht, aber selbst da wird das zu viel sein, bin ich der Meinung. Weil ja das Mainboard auch deutlich kühler ist, wenn ihr mit LN2 übertaktet. Von daher ein bisschen overpowered. Wir kennen es ja, man möchte ja das Maximal haben, was geht. Und das ist halt das Xtreme. Und dementsprechend werden hier solche Features auch geboten, beziehungsweise solche Komponenten verbaut. Ja, USB-Anschlüsse haben wir ohne Ende. Wir haben zwei USB 3.2 Generation 2 Typ C fürs Frontpanel und auch 3.2 Generation 1 fürs Frontpanel, zwei Stück. Wir haben Power-Taster, Reset-Taster und so weiter und so fort auch auf dem Mainboard. Und oben natürlich auch das Diagnose-LED. Und ansonsten sechs SATA-Anschlüsse. Und wenn wir uns mal hinten am Backpanel die Anschlüsse anschauen, sehen wir, dass wir zehn USB-Anschlüsse dort haben. Alles natürlich 3.2 Generation 2 und dann zu zweimal halt die Thunderbolt-Anschlüsse mit 20 Gigabit. Und wie eben schon erwähnt auch zwei Displayport-Anschlüsse, weil wir ja auch eine 5000G CPU verbauen können. Und ansonsten alles wie gewohnt, wie man es vielleicht auf einem Hero oder einer Formula findet. Nur, dass das Mainboard halt deutlich extremer ist. Was ein bisschen schade ist, ist, dass halt der ARM4-Sockel da drauf ist. Ja, der eine oder andere wird mich da jetzt vielleicht nicht verstehen. Aber der ARM4-Sockel ist ziemlich anfällig meiner Meinung nach, dass man mal den Prozessor mit rauszieht, wenn man den Kühler abmacht. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Und zwar gibt es erste Renderbilder vom neuen ARM5-Sockel. Da ja der Ryzen 7000, wenn er so heißen wird, also Zen 4, kann auch Ryzen 6000 nachhinein heißen. Mal gucken, ob es vielleicht noch ein Zwischenmodell geben wird, also Zen 3+. Der wird im LGA-Sockel kommen und man sieht ja hier schon, die Zen 4 CPU sieht ein bisschen anders aus als bei ARM4. Und wir haben hier einen LGA-Sockel und dementsprechend, wenn wir da dann den Kühler abmachen, dann ziehen wir den Prozessor nicht mal raus. Jeder, der schon mal eine Intel CPU hatte, der kennt das Ganze. Da muss man sich keine Gedanken machen, dass man rauszieht. Wo man sich allerdings Gedanken machen muss, dass nichts in den Sockel fällt, weil dann die ganzen Pins krumm sind. Aber wenn man ein bisschen vorsichtig ist, dann sollte das nicht passieren. Mir ist es bis jetzt noch nicht passiert. Und von daher begrüße ich das hier, dass das Ganze hier jetzt so verbaut wird. Und ich bin vor allem gespannt, was es da für Mainmots geben wird. Im Übrigen, der Sockel hat 1718 Pins und damit aufgrund 400 Pins mehr als der Sockel ARM4. Das heißt, wir haben auch mehr Verbindungen für PC-Express oder für mehr Kerne oder was auch immer. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass der Sockel auch nur Dual-Channel unterstützen wird. Also Quad-Channel wie bei den Workstation-CPUs werden wir nicht sehen. Ja, apropos Workstation-CPUs. Intel hat jetzt Ice Lake auch für die Workstations freigegeben. Hier sehen wir das Ganze einmal bei Videocards. Wer Ice Lake nicht kennt, Ice Lake gibt es aktuell schon für die Server. Jetzt auch für die Workstations. Und wenn wir uns einmal die technischen Daten anschauen, bis zu 4 GHz Turbo Boost. Vergleicht hier bitte nicht die GHz mit denen von AMD, da hier die EPC eine andere ist. Also die Leistung pro Takt. Und maximal können wir hier 4 TB mit 3200 MHz verbauen. Das sind natürlich nur die offiziellen Angaben. Ihr werdet wahrscheinlich auch schnelleren Speicher verbauen können. Und was richtig cool ist, 8 Kanäle können angesteuert werden. Das heißt, ihr habt ordentliche Bandbreite, was den Speicher angeht. Und ansonsten, wenn wir uns hier einmal anschauen, es wird maximal aktueller Stand 38 Kerne geben. Da gibt es beim Threadripper ein bisschen mehr. Obwohl der Threadripper ja aktuell nur im Workstation-Bereich mit Zen 2 Architektur angeboten wird. Hoffen wir mal, dass jetzt demnächst Zen 3 kommt. Intel ist ein bisschen schneller und bietet die neue Architektur ein bisschen früher an, wie AMD das aktuell macht. Und ansonsten, ein TDP 270 Watt ist natürlich ein bisschen viel. Und für den einen oder anderen deutlich zu viel. Und wenn wir uns auch mal unten das Ganze anschauen, der Intel Xeon W3323 mit 12 Kernen kostet einfach mal 949 Dollar. Das heißt, das Ganze ist jetzt nichts für Gamer, sondern wirklich nur für Leute, die eine Workstation-CPU brauchen. Aber da muss ich sagen, für 1000 Euro bekommen wir auch schon einen Threadripper mit 16 Kernen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier bei Geilzeits, dann sehen wir, gucke ich gerade mal, Threadripper SWRX. Das ist ja die Threadripper-Plattform für Workstation. Und da sehen wir, dass wir 16 Kerne für ca. 1000 Euro bekommen. Ja, ich weiß nicht, was Intel sich dabei denkt, weil wenn wir uns anschauen, die 16 Kern-CPU, die kostet einfach mal 1300 Euro bei Intel. Und das ist dann schon echt so eine Sache, wo ich mir denke, Intel habt ihr denn nicht gelernt, bietet doch die CPU günstiger an. Und hoffentlich bekommen wir dann günstige Mainboards und dann können wir uns eine günstige CPU für eine Workstation oder ein komplettes System zusammenbauen, was wir halt günstig bekommen. Aber nein, Intel geht leider nicht diesen Weg. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es schwierig und ich bin sehr gespannt auf Benchmarks. Also wie schnell diese CPUs im Vergleich zu den Zen 2 Workstation-CPUs bei AMD sind. Mal abwarten. Ich lasse mich gerne überraschen, wenn die leistungsfähiger sind, dann kann ich es verstehen, warum sie teurer sind. Aber an Intel Stelle hätte ich hier die CPUs ein bisschen günstiger angeboten, damit dann auch ein paar mehr Leute zuschlagen und Intel hier nicht seine Käuferschaft verliert. Ja, wo wir schon bei dem Thema sind. ASRock hat auch Mainboards vorgestellt, beziehungsweise ein Mainboard. Und wenn wir uns das mal anschauen, sehen wir ja, das Workstation-Mainboard, das ist jetzt nicht so ansprechend für uns Gamer. Und bietet auch einige Funktionen, die wir gar nicht brauchen als Gamer. Und auch wenn ihr abends zu rendert, braucht ihr das nicht. Und die Spannungsversorgung ist halt auch ein bisschen geringer ausgelegt. Hängt aber auch damit zusammen, dass man hier die CPUs nicht übertacken kann. Also meines Wissens nach nicht übertacken kann. Wir sehen auch, die internen Anschlüsse sind nicht so viel. Weil bei den Workstations ist es meistens so, oder auch bei den Servern, dass zusätzliche Controller verbaut werden für Wait und so weiter und so fort. Und dementsprechend braucht man das Ganze hier nicht. Wir sehen ja auch hinten schon an den Anschlüssen, dass das Ganze ein bisschen spartanischer gehalten ist. Und wir hier nicht so viele Anschlüsse haben, wie zum Beispiel beim Corsair 8 Extreme oder Hero oder was auch immer. Und dementsprechend ist es halt, wie gesagt, nichts für Gamer. Und hier sehen wir das Ganze nochmal von der Seite, also das Backpanel. Und den netten VGA-Anschluss, den kennen ja alle, die auch ab und zu mal mit Servern arbeiten. Das ist nichts Ungewöhnliches. Wir arbeiten leider immer noch mit VGA bei den Servern. Ich hatte die Tage ja auch schon einen Beitrag erstellt zu den AMD RX 6600 Modellen. Die hat ja AMD vorgestellt. Und die Leistung wird ungefähr auf RTX 3060 Niveau liegen. Vielleicht auch mal auf 360 Ti. Müssen wir mal abwarten. Und die Tech-Daten hatte ich auch schon ergeben. Wir haben 32 CUs und einen Takt bis zu 2359 MHz. Obwohl beim Takt müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil es wird ja keine Referenzkarte von AMD geben. Dementsprechend können hier die Hersteller im Prinzip wieder machen, was sie wollen. Also Asus, MSI, Gigabyte und so weiter und so fort. Ansonsten hat die Karte 8 GB Speicher und wird auch alle Features unterstützen, die die aktuellen Ex-Grafikkarten von AMD können. Und AMD selbst gibt hier ein paar FPS-Werte an für manche Spiele. Könnt ihr euch mal anschauen. Gerne könnt ihr auch pausieren oder euch das direkt bei AMD anschauen. Was ich ein bisschen kritisch finde an dieser Karte ist, dass es keine Referenzkarte geben wird. Was heißt das für uns? Also wenn wir uns mal aktuell die Preise anschauen, zum Beispiel von der RX 6700, dann sehen wir ja, dass die Preise nicht da sind, wo die UVP eigentlich liegt von AMD. Der Vorteil ist, die RX 6700 XT kann man ab und zu mal, wenn man sehr viel Glück hat, bei AMD kaufen. Es wird bei der RX 6600 XT oder auch Non-XT, wenn es eine geben wird, wird es nicht möglich sein. Und dann sehen wir halt so Preise wie aktuell hier für die Sapphire Nitro. RX 6700 XT. Hier habe ich 680 Euro, obwohl ich würde eher die 789 Euro hier als realistisch ansehen bei Notebooks billiger. Ja und mit diesem Preis ist die Karte auf jeden Fall 200 Euro teurer als die UVP. Wenn wir das jetzt mal drauf rechnen, die RX 6600 XT soll ja bei 379 Dollar liegen. Rechnen wir das einfach mal 1 zu 1 in Euro um, sind es 379 Euro. Wenn wir dann nochmal eine Pauschale von den Händlern von 200 Euro da drauf legen, dann wären wir bei fast 600 Euro, wie wir es ja auch teilweise bei der RTX 3060 sehen. Ja, ist meiner Meinung nach nicht so schön. Da hätte es mich eher gefreut, wenn AMD hier auch eine Referenzkarte angeboten hätte. Ich meine, immerhin ist sie ja irgendwie hier abgebildet bzw. gerendert. Vielleicht hat es auch mal so ein Modell gegeben und AMD hat sich jetzt warum auch immer dagegen entschieden. Finde ich echt schade. Von der Leistung her wird es ja für 1080p reichen, wie AMD es ja sich hier selbst auch schon schreibt. Button up, ich werde denke ich auch mal die eine oder andere Karte testen. Mal gucken, wenn ich eine günstig bekomme, dann werde ich auf jeden Fall zuschlagen und euch darüber berichten. Ja, nächstes Thema, da geht es auch um Grafikkarten und zwar um die nächste Generation. Also die RX 7000er Serie und die neue Nvidia Serie, die soll deutlich stärker sein. Von den Nvidia Karten gibt es Gerüchte, dass die RTX 4090 doppelt so schnell sein soll wie die RTX 3090. Lass uns gerne überraschen, hier unten stehen auch schon technische Daten. Das sind natürlich nur Gerüchte, also keine Fakten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir ja auch schon an den technischen Daten, dass das fast hinkommen könnte. Mit 18.432 CUDA Cores sind es zwar nicht doppelt so viele CUDA Cores wie bei der RTX 3090, aber mit einem höheren Takt oder einer besseren Leistung pro Takt könnte man das schon erreichen. Ja, die Speicheranbindung soll gleich sein wie bei der RTX 3090, aber der Stromverbrauch soll deutlich höher sein, also bis zu 450 Watt. Bin ich mal gespannt, ob es da hingeht. Also wenn die Leistung stimmt, dann bin ich fein damit, muss ich sagen. Allerdings geht das dann auch irgendwo in die Richtung, wo ist dann die nächste Grafikart, die bei 600, 700 Watt. Was für Netzteile brauchen wir dann und so weiter und so fort. Ihr versteht wahrscheinlich das Problem. Ich bin echt gespannt, wo die Reise hingeht und lasst mich da auch gerne überraschen. Ja, was die neuen Navi-Karten angeht, AMD geht ein bisschen einen anderen Weg wie Nvidia. Und zwar wird man es wie bei den Ryzen-Prozessoren wahrscheinlich so machen, dass man hier das Chiplet-Design anwendet. Bei den AMD-CPUs ist es ja so, also bei den Zen 2 und Zen 3 CPUs, dass man zum Beispiel bei dem 16-Kerner zwei Chiplets hat mit jeweils acht Kernen. Und dann nochmal ein Chiplet für den Input und Output, also PCI-Express, USB und so weiter und so fort. Und das möchte man quasi auch auf die GPUs anwenden. Dementsprechend wird man es hier ähnlich machen wie damals bei den Dual-Grafikkarten. Also wo man zwei GPUs auf einer Grafikkarte hatte oder quasi zwei Grafikkarten miteinander verbunden waren direkt. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Vielleicht werde ich euch mal ein paar Bilder einblenden, wenn ich welche finde, die ich hier verwenden kann. Und wenn wir uns da mal das Ganze anschauen, wie viele Prozessoren da zum Einsatz kommen sollen, das sollen 15.360 sein. Aber vertauscht hier nicht die Stream-Prozessoren mit richtigen Kernen. Das ist ein bisschen anders. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Ob es da auch so einen Input-Output-Controller geben wird. Zwei Graphic-Dice, wie ihr hier seht, wird es auf jeden Fall geben. Und die GPU-Size ist hier schon echt beeindruckend. Ist die Frage, ist es nur eine GPU oder sind es zwei GPUs zusammengerechnet? Lassen wir uns mal überraschen. Was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass hier nur 256 Bit zum Einsatz kommen sollen. Obwohl hier nicht klar ist, hat dann jede Dice 256 Bit und ist dann separat am Speicher angebunden. Oder greifen die zwei Dice komplett auf den Grafikkartenspeicher zu. Mal abwarten, was da so kommt. Der Stromverbrauch soll hier noch höher sein, wie bei der RTX 4090. Bin ich gespannt. Die Leistung soll allerdings auch höher sein. Also wenn ich das hier richtig einschätze, da könnte echt was Cooles auf uns zukommen nächstes Jahr. Nicht nur die Zen 4 CPUs oder auch neue Intel CPUs, sondern auch richtig coole Grafikkarten. Eventuell kommt ja mal was von Intel. Vielleicht sehen wir ja die Grafikkarten auch demnächst. Und es gibt auch einige Gerüchte, dass 3DFX auch wieder ins Rennen kommt. Da möchte ich nicht so viel zu sagen. Habe ich nur gehört. Das sind Gerüchte. Dann hätten wir, wenn sich das beweiten würde, hätten wir immerhin vier Hersteller von GPUs. Und das würde wirklich die Konkurrenz beleben. Warten wir mal ab. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Und ob die Grafikkarten und die CPUs dann auch gut verfügbar sein werden. Weil was bringt uns diese ganze Leistung auf einem Blatt Papier, wenn wir sie nicht in den Händen halten können. Das war es für das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.